Der Organspendetag ist durch. Es war ein voller Erfolg. Ich danke jedem, der dabei war. Hier vor Ort, online, der das Ganze groß gemacht hat. Ihr wisst, wer ihr seid. Wir haben das Spendenziel erreicht. Und das wäre damit abgehakt. Wir haben das geschafft. 24 Stunden vor dem Organspendetag habe ich, nein, haben wir eine furchtbar schlimme Nachricht bekommen. Und egal, was ihr euch vorstellt, es ist schlimmer. Ich werde damit in die Öffentlichkeit gehen. Ich werde darüber reden, sobald ich die Kraft habe. Alle Tattoo-Termine, alle meine Tattoo-Termine sind abgesagt. Wie es da weitergeht, ich vergesse euch nicht. Das hier ist mein Danach. Das ist der Grund, warum ich in all den Videos am Samstag so ausgesehen habe. Aber wir wollten das nicht absagen. Meine Frau hat hier oben den Empfang gemacht. Und an unserem schlimmsten, nach unserem schlimmsten Tag in unserer schwersten Zeit haben wir es geschafft, was Gutes zu tun und Menschen zu helfen. Mehr Antworten kommen bald. Ich danke euch. Ich danke euch. Vielen Dank.